eine größe ausfallen Wir machen jetzt fix Frühstück, die Brötchen sind ja schon im Ofen und dann machen wir eine schöne große Runde, ok? Hältst nicht mehr aus? Was machen wir denn da jetzt? Baby, wollen wir eine Runde gehen? Du wirst ja nur auf die Couch bestimmt Was ist da los? Dicken Bratzkopf Oh, was ist da los? Geht's noch? Dicke Hund, du Weh mich ja unauffällig verhalten an deiner Stelle Hübscher Hübscher Hübscher